Recht herzlich willkommen zur 122. Folge von Alvorion. Ja, wir sind auf der Suche nach unserem Schiff. Wir sind in der Nähe, wo ich glaube, dass es gleich erscheinen könnte. Wie man sieht, hier ist eine Marker, der jetzt, warte mal, seht ihr diesen Pfeil, der auf uns zu zeigt. Irgendwann muss irgendwo jetzt hier unser Schiff kommen, habe ich ausprobiert. 250 und jetzt wird es da unten angezeigt. Da ist es, da kommt es. Es ist kaum zu glauben, aber wahr, es kommt wohl rein. Schauen wir mal, dass wir die 250 hinkriegen, beziehungsweise können wir der ganzen Geschichte auch entgegenfliegen. Etwas auf jeden Fall. Dann geht das ja auch schneller. Der fliegt mit 2,1, nicht ganz. Achso, wir fliegen ja jetzt entgegen, deswegen, also der fliegt mit 2,1 und wir fliegen jetzt auch mit 2,4. Also sollten wir gleich dieses Schiff sehen. Und dann können wir gucken, was der Miner kann, beziehungsweise wir können dann gucken, dass wir Personal rüberkriegen. Weil er braucht ja einen Kapitän, um abbauen zu können. Ich weiß aber jetzt nicht, ob in diesem Sektor überhaupt noch was zum Abbauen ist. Vielleicht ist er auch fertig gewesen und ist deswegen am Rand des Sektors geflogen. Das weiß ich natürlich nicht. Das ist jetzt die Frage dann. Wir kommen auf jeden Fall näher. Allerdings jetzt nicht mehr. Beziehungsweise wir kommen schon noch näher, aber nicht mehr mit Leistung, weil die gerade zu Ende ist. Akku leer. Ja, aber soll jetzt nicht unser Hindernis sein, weil... Dann gucken wir uns das Schiff doch gleich mal an, wenn wir da sind. Was da denn noch das Problem sein könnte. Ja, oben links wieder das Zeichen, dass er speichervoll ist. Aber ich glaube, das Spiel kann nur 16 GB bearbeiten und die sind gerade voll, nicht die wirklich vorhanden. So, jetzt fliegt er hier ganz schnell ran. Da ist er. So. Wunderbar. So, T. Haben wir das Schiff jetzt gerade übernommen. Okay, das ist ja sogar mit dem Dingens, mit dem Feld, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und schauen wir mal rein, was denn so machbar ist. Was ist das denn hier? Okay, du hast eine Rekonstruktion-Marke für dieses Schiff. Okay. Wir haben hier einen Namen mit Bergbaugeschützturm und da haben wir einen Doppelmaschinengeschützturm. Also es kann sich auch verteidigen. Aber eigentlich sollte es ja nur Berg bauen. So. Masse ist klar. Frachtraum 73,5. Was haben wir denn noch so? Wir haben tatsächlich einen Kapitän hier drin? Nein. Also das wusste ich jetzt nicht. Ein Bergbausystem haben wir hier. Aber in diesem Schiff ist keins drin. Jetzt ist die Frage. Was ist das? Transporter Software. Möchte ich dieses schicke Bergbausystem da einbauen? Das ist die Frage, ne? Das Schiff ist natürlich wieder für den Sektor viel zu schwach, wie ihr hier stehen seht. Ja. Jetzt ist noch die Frage. Wir sind... Interagieren mal mit dem anderen Schiff. Befehle. Mich eskortieren. Damit das nicht auf jeden Fall hoffrachtjäger transferieren. Ja. Das ist was wir haben. Das ist was auf dem anderen Schiff ist, ne? Oder? Okay. Ich denke wir sollten überlegen, was wir da mal aus machen noch. Okay. Da gibt es ganz viele Probleme gerade. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass dieses Bergbausystem den Sakt wegzieht, ne? Genau so ist es. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das eher sein. Wir gucken mal gerade. Hier gibt es 1368 Asteroiden. Wir gucken gerade mal. Wir sind natürlich jetzt weit, weit weg geflogen, ne? Die sind alle da oben. Achso, wenn du rausgehst, dann ist das auch noch okay. Ja, nützt nichts. Wir müssen mal in diese Richtung erst mal, würde ich sagen. Ich hoffe, er kommt nach. Hm, nicht so wirklich, ne? Na, fliegen wir erst mal wieder in diese Richtung gerade. 2100. Wie weit ist denn hier so ein Tor weg? 160. Das ist nur die Frage, wo sind die Asteroidenfelder, ne? Äh. Das hat wieder keinen Saft, oder was? Okay. Wir haben jetzt nichts gegen müssen. Glaube da weiter näher ran, ne? Er lädt sich gerade wieder auf. Fliegen da mal wieder weiter ran. Lassen wir gerade den Hyperwarp da aus. Damit er sie wieder aufladen kann. Was er auch gerade macht. Gucken wir mal, wie weit das Tor da weg ist. 111. Die haben da zwei Aufgaben. So, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Feuer. 90er Entfernung haben wir da jetzt. So, jetzt ist unser Schub gleich wieder leer. Fliegen wir langsam weiter. Kommt die Warnung. Müssen wir wieder aufladen. Wir sind bei 58. Gucken wir mal, warte noch mal in die Karte. Da ist ein Asteroidenfeld, also. Er lädt gerade wieder auf. Da ist das Asteroidenfeld, okay. Das ist die Frage, ob hier halt was ist zum Abarbeiten noch. Da ist wieder alle. Schwierige Frage jetzt gerade hier. Fliegen da mal näher ran noch. Wahrscheinlich hat er hier alles abgefarmt, ne? Könnte ich mir vorstellen. Genaues wissen wir natürlich nicht, ne? Genaues wissen wir aber, wenn wir jetzt gerade das Bergbausystem, glaube ich, einbauen kurz. So, das bedeutet, dass es dort einen Asteroiden mit viel Power da dran gibt. Oder? Ich nehme das mal wieder raus. F interagieren. Nee, das ist die Edelmetallmine. Warum wurde mir das jetzt so angezeigt mit dem Bergbausystem? Das ist eine gute Frage, ne? Hm. Nochmal das System einbauen. Nee, das war reiner Zufall, oder was? Also der frisst natürlich jetzt den Akku wieder leer. Das ist unser größtes Problem, sozusagen. Er zeigt da, achso, das ist der Ausgewählte, ja. Hm. Damit kommen wir jetzt gerade nicht weiter, ne? Also er markiert, na? Objekt und er zeigt an, was drinne ist. Ich glaube, wir müssen mal bauen, oder? Ich muss gerade ein bisschen Schub geben, da will er nicht gegenknallen, oder? So. Wir müssen bauen. Da sind die Gerätschaften alle dran, ne? Da unten befindet sich... Ja, wir müssen den Generator haben. Können aber auch, weil wir Now and Need jetzt reichlich haben, einen besseren Generator gerade darunter arbeiten, ne? Äh, Schildgenerator brauchen wir nicht. Generator brauchen wir. Können wir den nicht upgraden? Warte mal. Jetzt ausgewählt. Farbe wählen, ne? Ich möchte es upgraden. Das ging eher auch um. Also ich hab den ausgewählt. Und... Den ausgewählt. Das ist der Energiecontainer. Das auch. Zwei Energiecontainer sind es. Wo ist denn mein... Äh... Sag schon. Ach, da unten runter. Alles klar. Dann müsste das der Generator sein. Und das? Das ist der Schildgenerator. Ein integriertes Feldgenerator. Okay. Dann ist das... Lücke umwandeln. So, jetzt hab ich mehr Power gekriegt. Richtig? Jetzt müsste ich mal gucken. Wie verhält sich denn jetzt mein... Bergbaugerät. Ne, der saugt das immer noch leer. Das ist schlecht. Dann sollten wir noch mal eine Baumaßnahme machen. Kriegen wir da noch mal was hin. Das ist die Frage. Aber... Generator haben wir ausgewählt. Wir können mal den auswählen. Gruppieren. Und dann... Stauung C. Stauung V. Jetzt haben wir den Generator da noch mal drin. Oh, ich könnte den wohl da... Kann man den da noch mal hinbauen? Ne, ne? Flacher machen. Dann wird's wahrscheinlich gehen. Und wenn ich das flacher hab, könnte ich's aber auch noch... ein bisschen länger ziehen. Vielleicht so. Noch mal drunter bauen. Zack, haben wir gemacht. So. Können wir mal so lassen. Gucken gerade, was unser Bergbaugerät jetzt sagt. Noch 0,3 zu wenig dafür. Bauen wir den noch mal aus. Jetzt haben wir... Wir produzieren Gigawatt, ne? Schon krass, oder? Dann gibt's den da noch mal. Jetzt weiß ich nicht, ob 1,8 reichte. Es geht ins Plus, oder geht's ins Minus. Er lädt auf. Minimal, aber er lädt auf. Sollte eigentlich dann reichen, oder? So, jetzt noch mal bitte gerade zeigen. Da gibt's irgendwo eine Frage. Ja, okay. Das funktioniert jetzt. Das Bergbausystem kann da drinne bleiben. Allerdings gibt es sehr wahrscheinlich hier keine Ressourcen mehr. Das wird das Problem sein. Wir steigen mal um in das Schiff. Und sagen dem Schiff noch mal... Ne, das war verkehrt. Ich hab's nicht ausgewählt. Jetzt... Befehle. Abbauen. So, jetzt ist die Frage, wo fliegt er hin? Er fliegt da hin. Okay, da hinten gibt's noch ein Feld. Wir folgen ihm mal gerade. Beziehungsweise... Wir sind zu schnell. Wo fliegt er hin? Kann er noch abbauen? Das ist die Frage. Ich fliege mal gerade da schnell alleine in dieses Feld hier und gucke mir das nochmal an, ob da was zum Umbauen ist. Und ich glaube, er hat den Kurs sowieso hier hin. Wenn man da sowas sieht. Okay. Also glitzern tut nix mehr. Ich gehe davon aus, er hat das hier alles erledigt. Ne, da gibt's noch welche. Ja, hier gibt's noch was zum Abbauen. Auf jeden Fall. Gut, dann ist er ja wieder beschäftigt. Unser Miner 1. Macht gleich seine Arbeit. Will ich aber auch gerade noch sehen. Irgendwo wird er jetzt sein Ziel suchen. Wo ist er? Da ist er. Der holt was von der Station, oder? Ja. So, jetzt möchte ich gerne noch sehen, wie er gerade was abbaut. Und ich glaube, er visiert den da an, ne? Ja. Gut, funktioniert dann noch. Lassen wir dann auch so weiterlaufen. Und, ja. Ich würde sagen, für die Folge soll es dann auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt, aktiviert die, damit ihr seht, wann ein neues Video kommt. Und, ja. Dann noch der letzte Schritt. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.